Herzlich Willkommen zurück zu Redemption Cemetery. Die Note der Kinder. Immer noch am Suchen. Was war das denn? Immer noch am Suchen in diesem Wimmerbild. Na komm, bald muss es das aber auch gewesen sein. Das ist ein Pferdchen. Ein Kamm und ein Siegel. Gutes Ansegel, wie alles mögliche aussehen kann, macht es ja auch so viel einfacher. Ich dachte echt, das sei es. Weiß was? Das ist es auch. Ich hab dich angeklickt. Dreimal. So, du schaurig schöner Clown. Mal gucken, ob wir jetzt das Riesenrad so weit reparieren können. Oh nein. Bewege die grünen Batterien so, dass sie mit den grünen Kabeln verbunden sind, damit die Lampen aufleuchten. Oh nein. Ha! Ja. Die erste hab ich. Auch du nicht mehr abgerufen. Aber jetzt, ich verbomge mir doch alles. Und jetzt. Ich verbomm mir doch alles. Ich hasse solche Spiele. Das werde ich gleich lösen, weil ich glaube, mit Ausnahme von der ersten kann ich das nicht hinkriegen und ich bin auch viel zu fertig jetzt. Um darüber mir den Kopf zu zerbrechen, tut mir leid. Juhu, wir haben es geschafft. Ja, kleine Willkommen, um dich zu retten. Na du? Hi. Ja, komm raus. Natürlich. Machen wir. Komm mit. Was kommt denn noch? Hier. Das ist das letzte Amulett. Geh es zu den Altaren, sofort weg. Zu den Altaren, das ist echt die Märze von Altar-Altäre? Heißt das nicht Altare? Kinder sind befreit und gucken mich gruselig an. Aus eins. Die kleine. Die guckt mich nicht an. So, das letzte Amulett. Dürfte es aber das gewesen sein, oder nicht? Hallo. Ähm. Was wär das? Was hast du da mit den Kerzen vorgehabt? Ja, einverleib ihn dir mal. Ach, er hat ihn in Stein verwandelt. Gut. Das war's? Das war Redemption Cemetery. Die Not der Kinder. Mal lassen den Abspann eben noch laufen. Okay, dieses Spiel wird anscheinend immer schrecklicher. Das war's anscheinend immer noch nicht. Wir haben den Zauberer zwar besiegt, aber wir sind immer noch nicht raus aus diesem... Friedhof, das Wort fehlt mir. Wir werden sehen müssen, was uns noch erwartet und ich hoffe, wir werden dieses Spiel bald sehr schnell wenden. Und... Ja. Die Wimmelbilder gefallen mir schon mal sehr gut. Die gefallen mir viel besser als bei Grim Tales. Grim Tales, das war so... Ja. Naja. Und hier sehen wir wenigstens ein bisschen anspruchvoller, auch wenn ich meist alles finde, außer das Letzte und wenn mich die Geschichten ziemlich fertig machen, und es gibt gar nicht an die ich Spiele mache, dass ihr Kinder reinsetzt und in solche Gefahren bringt. Ganz ehrlich. So. Damit verabschiede ich mich und wir sehen uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Hallo. uki-